Jetzt sind sie alle gespannt, dass ich wieder wieder zu wenig bin. Jetzt sind sie alle rum. Die Pässe tippt wieder fleißig ein. Vorne haben sie jetzt ja die Audi. Und hier haben sie den Audi Q3. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber leider kann man hier keine Probefahrt machen. Ein bisschen Wind geht ja, man sieht es ja. Und hier ist der Rest auch jetzt. Hier hängen wieder die Ergebnisse aus vom letzten Tag. Schauen wir mal vor. Hier steht dann. Ein paar Meter und 25 Grad. Die Windgeschmäcker ist auch ziemlich knapp. Hier sitzt die andere Kühe. Und da oben ist das Hotel. Das ist die Plattform. Das ist der A1. 16.000, was steht da? Ja, mit allem sind die 24.000. Ja, das ist ja bekannt. Aber jetzt gibt es die vom BMW auch. Blödsinn. Die Ladiatoren, die vorne sind, sitzen da alle schon in Spanien rum. Aber wie gesagt, das ist alles abhängig vom Wind. Wenn der Wind schwächer ist, sind die besser die Spanien und Engländer. Hallo. Wir werden mit dem flow. Ah, da unten ist der Umgebnis. Das gehört. Wir waren ganz gespannt. Ho Neverland nicht probieren. Das istum nie, der Wind ist, was haben wir näher.